So meine Freunde, gebt euch das bitte. Zeronik hat mich zu sich hoch teleportiert, schlägt mich aus 100 Blöcken runter auf die Erde. Ich platziere einen Wassereimer und überlebe. Ja du Hurensohn! Ich hab's geschafft, wie du überlebt hast. Heyo Leute! Und herzlich willkommen bei einer weiteren Battle-Folge. Dieses Mal werde ich mit Krankraft erfeiten, letzte Folge war es gegen Blutpauler. Übrigens, Paul, das weißt du noch gar nicht glaube ich, seine Pfeile gehen ja nicht, ne? Die gehen gar nicht? Ne. Ach krass und die kann man auch nicht funktionieren lassen sozusagen. Ja ich weiß nicht wie zumindest, wir haben versucht aber es ging nicht. Also irgendwie kaum ein Pfeil ging. Oh krass und dann hast du ihn einfach weggeklatscht oder wie? Nein, nein. Dann haben wir ihm ein neues Kit gegeben und zwar Paul hat jetzt eine Full-Dia-Rüstung. Wow! Okay. Full-Dia-Rüstung und... Ähm... Ich glaub noch ein Diaschwert, sowas nach. Boah! Yo, das ist krass! Aber ich hab ihn locker weggeklatscht, weil ich glaub ich bin sowas wie sein Counter oder so, weil er kommt gar nicht an mich ran. Oh krass, okay. Ich mein, ich verbrenne ihn und dann ist er zu langsam und kommt nicht an mich ran. Ja und bei mir gab's auch... Dann rennt er weg. Ja genau. Bei mir gab's auch ne kleine Veränderung und zwar die Kokosnussbomben sind ja mega OP, wie ihr alle gemerkt habt bei der Battle-Folge, wo ich einfach alles... Und das Wort ich kenne übrigens, weil wir das voll oft gebrauchen, OP gleich overpowered. ne? Ja natürlich, ja. Also zu stark. Richtig, ja. Und wenn man auf Slash OP eingibt, dann wird man overpowered. Ne, Spaß. Ähm... Soll ich auf Slash Operator, was anderes. Ja, und ähm, ich darf jetzt halt die Kokosnuss... Also ich soll die Kokosnussgranaten nur alle 5 Sekunden einsetzen. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Ich werd auf jeden Fall nicht absichtlich. Den hier machen sie, Ronnick. Ah, tja. Oh, fuck. Ey, yo, was... Wenn ich nicht kämpfe, ich schieß auch was, aber die sind zu langsam im Vergleich zu sein. Ich mein, du könnt einfach ausweichen. Weee. Schieß du mal eine? Vielleicht die zurückschlagen, warte mal. Schieß du mal eine? Äh, du kannst nicht ausweichen. Oh! Okay, warte. Ich such's nochmal. Schieß. Okay. Ja? Oh, das war gut. Das war gut, ja. Stark. Schieß. Schieß. Nochmal. Ich versuch's nochmal auszuweichen. Oh! Okay, ne, ich vergesse. Das ist keine Chance. Direkt zwei Herzen. Ich glaub, die fliegen so schnell wie, äh... Nein, ach. Ich glaub, die haben so dieselbe Flugbahnflugschnelligkeit wie Eier, glaub ich, oder? Ja, kann sein. Das heißt, ich hab ganz viele Eier. Nur mich schaden Explosion. Sehr gut. Ja, ja, meine Eier richten Schaden an. Das wär ein lustiger, so Explosionseier. Stimmt schon. Kokosnuss-Eier. Läuft. Großbraun? Großbraun und haarig. Boah. Geil. Ja, geil. Ja, geil. Okay, ähm, bist du bereit für das Battle der Battles? Ja, ja. Ich glaub, wir könnten zwei sehr ausgeglichene Kids haben. Mein PC ist allerdings etwas scheiße. Ich hab auch keine Facecam drin, weil ich bei meinem... Ey, guck mal was ich hier haben. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir? Ich komme. Oh. Ich komme. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Zyronik? Ja. Oh, das Häuschen oder wie? Ja. Ach krass, wer hat das denn geworden? Ich? Soll ich's mir in die Luft jagen? Nein. Das wäre doch ganz lustig, oder? Juhu. Ich mach euch so Jolo. Verdammt, ich hab den Trick nicht geschafft. Kennst du das, wenn man springt, dann so einen Wassereimer platziert und im Wassereimer landet? Im Wasser. Das gelingt mir ab und zu. Aber ab und zu auch nicht. Gut, wo bist du? Bist du bereit zu battlen? Ja. Gut, dann komm mal da raus unten, würde ich sagen. Komm mal her. Ich komme. Ich muss die Landschaft noch ein bisschen mit umgestalten. Hier hast du ja mit deinem TNT gewirkt, ne? Wow! What the fuck? Nein! Nein! Komm schon! Im Wasser macht... Fuck! Oh mein Gott! Ich hab null FPS und ich bin tot. Ja! Meine Falle hat geklappt. Meine Falle hat geklappt. Meine Falle hat geklappt. Ja, sie müssen umhören mit CT. Ja, ein bisschen. Cironic hat jetzt gewonnen. Verdient auf jeden Fall. Ich soll sagen, wenn es euch gefallen hat, dann... Nein, Spaß. Es geht jetzt erst richtig los, meine Freunde. Ähm, Cironic hat... No, ich hab einen Schatz gefunden durch meine Sprengung gerade. Halt deine Schnauze. Was ist drin? So komische Platten. Hey! Yo! Und... Ah! Fünf Sekunden warten, fünf Sekunden warten. Ah! Fünf Sekunden warten, fünf Sekunden warten. Oh mein Gott! Nein! Oh fuck! Hey, wo ist mein Wassereimer hin? Ich wollte gerade diesen coolen Trick wieder machen. Okay. Ah! Ja, gut. Der Speer ist halt echt geil. Den hab ich Cironic gezeigt. Der ist stärker als ein Dia-Schwert. Und... Oh nein! Oh nein! Was ist los? Was ist los? Bist du daneben geschwungen? Ja. Wieso? Wir kommen glaube ich gar nicht zu weit. Bei mir bugt das einfach voll. Die ganze Zeit fallen hier die Blöcke so aus der Luft. Aber Yono. Ich hatte gerade auch, als du das TNT angezündet hast, so... ...drei FPS. Okay, ich hab nen Trick gegen dich. Nein! Ey! Das ist übelst asozial! Man muss taktisch kämpfen. Du schaust! Für C hat man es von aus ausnutzt. Och du Arsch. Okay. Wo bist du unterwegs? Ich will kämpfen jetzt. Dafür wirst du bezahlen. Ich will auch nicht. Dafür wirst du bezahlen. Ich bin geizig. Doch. Du bist lustig. Lustig. So warte. Machen wir jetzt nochmal... Ach, davon. Davon treibt er sich rum. Ey, nicht TP'n. Du kannst einfach hinrennen. Ich hab dich ja nicht gesehen gehabt. Nicht TP'n. Sagt er zu mir, hä? Wie ist dein erster Kill zustande gekommen? So. Ähm. Kran Crafter vs. Cironic HD. Huh. Cironic HD vs. Kran Crafter. Der Esel nennt sich immer zuerst. Hahaha. So. Wo bist du Cironic? Ich hab keine... Ey, ohne Spaß. Ist eigentlich ne Minimap erlaubt? Oder gibt's das für Tropicraft? Ey! Oh fuck, das waren zwei. Tut mir leid. Ey, das waren drei! Das waren zwei. Ne, ne. Das waren deine TNT. Ach, du hast mein TNT noch gelacht. Ich hab richtig viel Schaden gekriegt. Und jetzt kriegst du auch die Phrase. Ach, da bist du. Ey, warte mal. Fuck. Fuck, nein. Fuck, du Huren. Lass das. Lass das. Das ist... Nein. 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 Ah, ich brenne. Oh mein Gott. Fuck. Hau ab mit deinen Stäben. Hau ab mit deinem Stab. Hau ab mit deinem Stab. Nein. Nein. Ja. Fuck. Okay, gut. Wenn man da erstmal brennt, hat man ein ganz kleines Problem. Aber jetzt kriegt der Zeronik von mir auf die Stab. Warte, warte. Ich muss mir jetzt einen neuen Stab holen. Okay. Kann man die stacken? Ne, ne. Nein, nein, nicht. Das wäre nice. Vielleicht mit dem GIF-Command. Kann man ja sogar Tränke stacken. Die kann man ja auch nicht stacken sonst. Müssen wir mal herausfinden, was geht. Machen wir dann einfach Offscreen. Warte. Slash. GIF. Offscreen. Slash GIF. Zeronik. Keine Ahnung. Fire unterstrich Starf oder so. Achso. Unterstrich. Ne. Nee, geht nicht. Scheiße, okay. Schade ist vielleicht wegen, weil die neuen zugefügt sind. Falls ihr Zuschauer eine Ahnung habt. Wir lassen das drinnen gerade, oder? Ja. Falls ihr eine Ahnung habt, dann schreibt es mal in die Comments. Das wäre auf jeden Fall echt hilfreich. Und ich packe mal mein Wasser ein bisschen näher hier hin. Oh. 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 Nein. Du kommst hier nicht weg. Oh fuck. Alter, nein. Hör auf. Das ist gemein. Oh. Das war Yolo des Todes. Oh, Junge. Ich wurde von... Hättest vielleicht in deiner Range gewesen, wäre ich sowas tot gewesen. Weil dein Speer ist so übertrieben krass. Der ist übelstark, ne? Mhm. Aber nur im Nahkampf. Habe ich mir erfarmt. Ja, ich... Ich habe durch... Kostet der viel, oder was? Durch meine... Bitte? Kostet der viel? Musst du da lange farben? Oder was kostet der? Du musst zwei Blöcke abbauen. Wow. Und die sind überhaupt nicht selten. Oh, da bist du ja. Gut, sorry. Ich darf einfach nicht in ein Loch reinfallen, sonst kannst du mich mit dem Stab schlagen. Fuck. Jetzt bist du tot. Auf. Oh Gott. Oh Gott. Fünf Sekunden sind vorbei. Friss. Oh Gott. Nein, ey, dieser Stab, er ist so scheiße. Ich hasse den. Oh Gott. Alter. Gegenseitig, oder lebst du noch? Nein, ich lebe noch. Verdammt. Unspaß. Es sind Blacks. Sag mir, du darfst immer zwei Granaten werfen, okay? Juhu. Okay, das ist gut. Wir können zwar immer weitergehen und so die Grenzen austesten, wo das fair wird. Ja, stimmt. Wir gleichen das heute mal so ein bisschen aus und dann können, wenn ich an meinem richtigen PC werde, die Baba-Bettes folgen, würde ich sagen. Und. Juhu. Hey. Oh Gott. Was denn? Das Wasser bringt dir gar nichts, ne? Weil die explodieren an der Wasseroberfläche. Na also. Und im Wasser brenne ich nicht und ich habe den Speer. Das war ein Fehler. Oh fuck. Stimmt. Das war ein Fehler. Oh Gott. Jetzt habe ich auch ein bisschen lecks gerade. Tja. Scheiße. Das habe den Fehler Paul auch gemacht. Geh gegen mich nicht ins Wasser, weil da kann ich dich die Dauer abballern. Ja, stimmt schon. Wow. Ah nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hör auf zu brennen. Hör doch auf zu. Alter, dieser Stab, er ist so OP. Dein Fehler ist vorbei. Du musst ja noch den ersten Schuss vermeiden. Das ist das Ding. Danach kannst du ausweichen. Oh Gott. Okay. Ich muss mir erstmal wieder die Kopfhörer ins Ohr stecken. So. Ähm. Da vorne ist der Ceronic. Wir werfen mal ein bisschen hier Bundesjugendspiel mäßig. Waaah. Die Landschaft hier. Tut mir richtig leid. Und Spaß. Die ist so geil, ne? Die wird immer geiler hier. Stimmt, stimmt. Das ist wie jetzt so eine Battleinsel. Ist echt so. Da wird dann so Nachkriegswelt. Du komm mal hier in den Fluss. Sieht voll geil aus. Ja, ich komme in den Fluss. Das will ich auch sagen. Ich muss probieren ein bisschen auf Distanz zu bleiben. Mit meinen Granitern. Au. Au. Ey. Au fuck. Ich brenne schon wieder. Das waren keine 5 Sekunden. Doch. Das waren 5 Kranisekunden. Oh nein. Oh nein. Ah. Ja. Fuck. Okay. Jetzt habe ich ein teils Problem. Nein. Ey. Dieser scheiß Stab. Du kommst hier nicht mehr weg. Oh. Dieser Stab. Ich hasse dich. Mann. Wir müssen es anders machen. Aber ich glaube. Wirkt also wirklich. Wenn ich jetzt an meinem anderen PC wäre und nicht die Legs des Todes hätte und so. Dann wird es schon besser gehen. Okay. Probier. Lass mal probieren. Du darfst deine Granaten dauer spammen. Okay? Okay. Aber warte. 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 Ich bin doch gar nicht. Äh. Ich bin doch gar kein Stab. Das ist unfair. Du bist doch gar kein Stab. Ich bin doch gar kein Stab, Mann. Oh nein. Die Folge. Cheetah Kreativmodus. Oh mein Gott. Slash Kick. Zironic HD. Riesen. Hurensohn. Nein. Riesen Cheetah. Game Mode. Null. Okay. Jetzt kriegst du halt auf die Fresse, wenn ich spammen darf. Wir werden sehen. Oh. Warte. Ich bin gar nicht in die Full Life. Aber du hast mich ja auch schon ein paar mal getötet bei dieser Komplett-Chaos-Battle-Folge. Mhm. Da hast du mich auch getötet, obwohl ich gespammt habe. Hm. Stimmt. Aber Fabo und, äh, Paule sind nicht so wirklich effektiv gegen uns. Ne. Wegen der Distanz hat. Aber im Wasser kann Fabo uns schon was anhaben. Das stimmt, ja. Drehstart. Auch hier bist du. Scheiße. Gott. Oh, kann sein. Deine Range ist auch okay. Aber übel. Alter, geh weg. Alter, die Scheiße. Scheiße, nein. Ah, ich hab... Junge, wir werden die Dinger auf einen zu fliegen. Das ist übelst Horror. Oh mein Gott. Stell dir vor... Scheiße, ich bin ins Loch gefallen. In letzter Zeit spielen noch immer mehr Leute mit dieser Oculus da, ne? Stell dir vor, du machst das mit diesen Dingern, Alter. Ey, ich kann mich aus dem Loch raus hier. Ich raste aus. Okay, hier bist du. Okay. Nein. Nein. Alter! Willst du mich verarschen? Und du hast mich getötet. Ja! Krass! Ei! Zwei Herzen! Zwei Herzen? Ja, zwei Herzen. Wie viele? Zwei Herzen. Ey! Wie viele Herzen? Vergiss dich! Oh, daneben! Was für ein Zufall. Vielleicht schließe ich nochmal daneben. Ah! Ah! Halbes Herz! Vielleicht treffe ich auch! Ah! Halbes Herz, ja? Ja! Wer weiß nicht! Toll. Ich lass dir jetzt neben dir die Landschaft in die Luft jagen. Zeronik musste jetzt leiden dafür, dass er mich die ganze Zeit tötet. Ah! Ich will... Ah! Diese Flucht! Oh Gott. Oh Gott. Oh ja, das war krass. Alter! Lass mich in Ruhe! Nein! 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 Fuck! Die Lianen sind vor mir explodiert. Hä? Wie soll das denn gehen? Ja, nein. Ich hab geschossen und ich hab auf die Lianen geschossen. Die hingen in der Luft. Wo bist du, Zeronik? Lebst du noch? Ja. Hab ich dich getötet? Ja, nein. Ich lebe noch. Scheiße. Fuck. Meine Rüstung geht gleich kaputt. Ich lass mich niemals finden. Niemals. Niemals. Wirst du mich finden. Fuck, du bist eh über mir oder so. Nein! Nein! Zauberwasser. Oh mein Gott! Ich bin auf 38. Okay. Ich würd sagen, wir machen einfach mal den hier. Und? Ach nee! Das wär episch, wenn ich dich jetzt runtergehauen hätte. Ey Junge, geh weg! Du bist irgendwo ganz... Ah! Da hab ich grad ne Explosion gesehen. Du hast ja auch TNT, oder? Ja. OP! 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 Nein, Spaß! Wo ist jetzt Zeronik? Na komm doch runter! Wie runter? Schieß dich runter! Du kannst den ganzen Boden explodieren lassen, Junge. Au! Aua! Oh fuck! Oh Gott! Ich hab mich grad fast selbst getötet. Ach hier hab ich angefangen. Hier hat alles begonnen. Da bin ich doch in die Höhle reingegangen in meiner ersten Folge. Ne Zeronik? Hast du doch gesehen. Mhm. Oh mein Gott! Zeronik! Guck die Folge anderer Leute! Er hat grad ja gesagt. Wo bist du? Mann, wo bist du? Komm, kämpf! Ich hab nur noch drei Herzen. Ja, ich seh dich nicht. Echt? Bist du abgehauen? Ja. Bist du in der Höhle? Ja. Zock mal deine Koordinaten. Drei, vier, sechs. Nein, ähm... Meine Koordinaten sind... Ich wette, du bist grad irgendwo und wirst mich überraschen, wenn ich die sage. Nein, ich schwöre. Ähm... 154, 74, 9903. Wie viel ist... Wie viel ist Y? 9903. Das ist Z, Junge. Ähm... Achso. Y ist 75. Viel zu hoch für mich, Mann. Echt? Bist du so weit unten? Ja. Ja. Und jetzt Gift bin. Ich komme. Ich fahre mich hier immer so durch die Gegend so ein bisschen. Das ist so nice. Ach, willst du dir... willst du dir einen Stab machen? Nein. Oh, ich dachte, du wolltest dir jetzt Dings fahren. Wo bist du, Zironic? Ja, komm runter! Alter! Ich bin da schon ganz unten. Höhe wie viel? Jetzt gerade bin ich auf Höhe 42. Bist du ja noch zu hoch für mich. Krass, okay. Ich bin zu hoch für ihn. Juhu, ich bin schlau. Äh... Wo... Ah! Jo! Jo! Fuck, Alter! Ich wurde durch Zironic AD in die Luft gesprengt! Hä? What? Hast du TNT-Falle oder so gemacht? Nein. Mann, ich kassier nur von dir, Alter. Ja, ist so. Also... Und mein Zuschauer, das liegt nur... Ach, wirklich nur am PC. Fuck. Obwohl ich die spammed hab. Okay, jetzt... Asozialer Style. Ah! Ja! Spiel verlassen? Ja! Aber ich hab dich noch getötet, ne? Nein! Doch. Lock dich ein. Ich finde nicht, du hast gelogen. Doch. Er fällt um. Er lockt sich ein und fällt um. Geil. Wie unfair. Kommst du... Ich mach nix assozial. Das fehlt mich. Ach so, ups. Ja, du Hurensohn! Ich hab's geschafft. Wie du überlebt hast. Mit dem Wassereimer. Oh mein Gott. Ich bin der geilste Motherfucker auf dem Planeten. Er jetzt verbrennt. Verbrennt! Verbrennt! Oh man, du Hurensohn! Verbrennt! Wie hast du's überlebt? Ich bin einfach runtergesprungen. Äh, ich hab den Wassereimer platziert. Okay, ich mach's jetzt Tyronic Style. TP'n und dann äh... sterben? Nein, ich bin hier gestorben. Alter, du bist echt gut mit deinem Stuff. Also du hast deine Ausrüstung... Also du hast deine Ausrüstung... Fuck, ich brenne schon wieder, Alter. Junge, die Dinger sind so langsam. Aber das Spam macht's gefährlich. Mhm. Schreibt mir in die Kommentare, Tyronic ist OP as fuck. Ach du Scheiße. Komm schon, jetzt muss ich mich mal wieder töten. Ach, da brennt er. Ich hab keine Granaten mehr, scheiße. Joa. Bei mir im Chat steht immer, ich wurde zu Tode geprügelt. Nein, gepummelt. Gepummelt, was? Gepummelt steht bei mir. Nein! Pammelt. Ach so, ja. Gut, bei mir steht's halt auf Englisch. Scheiße, ich hab keine Rüstung mehr, deshalb... Hä, Pammelt ist doch Englisch. Ja, bei mir steht geprügelt. Weil ich auf Deutsch hab. Bei mir steht auf Englisch. Pammelt ist doch Englisch. Bei mir steht geprügelt, weil ich auf Deutsch hab. Ja. Diese Logik. Äh... So, Kokosnuss, Granaten. Das darf ich übrigens. Ich bin grad nicht damit cheaten, auch wenn ich gern mal eins hab. Oder, Tyronic? Ne, darf ich nicht, ne? Das darfst du. Ah. Oh, jetzt hab ich mein Essen grad weggeschmissen. Fuck. Ich darf mir kein neues nehmen, oder? Spaß. Oh, es gibt auch fresh Marlin zu essen hier. Lecker, lecker. Und nein, nicht! Tu's nicht! Ich bin grad noch im... Achso, ich hab Egeo oder eins. Wetten, du hast... Wetten, du hast dich schon geschlagen? Nein! Dann bewetten wir auf alle... Ach, ich nicht! Renn! Okay, wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Nein! Scheiße! Au! Friss Scheiße, Alter! Komm, Rache des Todes! Blutrache! Hörst mich verarschen hier! Alter! Hab ich dich getötet? Ja, endlich! Tyronic, die wurden in die Luft gesprengt. Nie steht da Krancrafter! Mann! Ich will die Credits dafür. Oh nein! Oh scheiße! Ey, yo! Ohne Spaß! Wir sind beide, glaub ich, könnte schön OP enden! Ja, aber deine Spur in der Landschaft ist zu krass! Das stimmt, ja! Holy fuck, Mann! Wollen wir mal machen beide mit dem Feuerstab und danach beide mit den Granaten? Okay! Ne, warte! Lass uns eines für ein anderes mal aufsparen! Lass mal heute machen beide mit Granaten, okay? Alles klar! Warte, komm zu mir! Ich dropp dir weg! Dann gibt's ein Landschaftszerstörungs-Battle sozusagen! Aber dann darf ich mir wieder neue Rüstung nehmen, sonst ist es nicht ausgeglichen! Ja! Gut, perfekt! Ich nehme mir aber die Scale-Rüstung, ne? Ja! Die hat ja Ding Fabo sich erfarmt. Ich habe auch ein paar Parts, weil ich mir nicht sicher war. Aber ich habe sie nicht ausgerüstet. So, ähm... Das ist schön... Oh, jetzt habe ich's gedroppt aus Versehen! Ähm... Die brauch ich nicht! Brauch ich nicht! Ich brauche nur hier ein paar Stühchen und dann läuft das, meine Freunde! Perfekt! So, ähm... Slash-Game-Mode! Läuft! Was könnte ich mir noch Schönes einbauen, um hier ein bisschen, äh, Action reinzubringen in Cyronic? Illegal natürlich! Hm... Was gibt's hier Schönes? Was gibt's hier Schönes? Na, wobei, wir bleiben mal fair, würde ich sagen. Äh... Wobei, ich... Ich könnte mir noch ein paar Grenades mehr geben. Die sind ja immer gut. Hab ich gehört. So, äh... Ey! Chill! Ach... Okay, und jetzt, ähm... Hä? You do not have permission to use coconut bombs. Ich stehe bei mir auch, aber... Also, die Nachricht kommt bei mir auch immer im Chat, aber ich muss einfach ignorieren. Jetzt... Jo, du willst ja noch mehr gespannen! Tja, ich bin der Meister der Kokosmasgranaten! Fuck, Alter, wie einfach alles explodiert! Ich hab 15 FPS! Oh Gott! Na komm doch, wenn du dich traust! Boah, scheiße! Ich komme! Und? Holy... Alter, wie du einfach durch die Luft fliegst! Fast, Alter! Baaah! Sehr geil! Schöner Kill! Oh mein Gott, wie die Landschaft hier schon aussieht! Willst du hin? Bitte? Ich... Ich stand nur am Ufer! Warte! Nicht kämpfen! Lass mal... Lass mal fair mit! Nicht ich im Wasser zuhörst! Nö! Fand ich schon ganz gut so! Warte! Wenn du fair sagst, müsste ich noch essen dürfen! Okay! Ey, du Arschloch! Was? Ich dachte, sie machen fair! Ja, stimmt! Tut mir leid! Ah! Ich hab mich selbst in die Luft gejagt! Fail! Ich hab wirklich... 15 FPS tut mir so leid! Aber der PC ist einfach für'n Arsch! Aber trotzdem... Ich glaub, es ist trotzdem lustig! Krass! 21 Minuten schon, Zeronik! Oh! Wow! Erstmal... Wow! Ich würd' sagen, einen Kill machen wir noch! Und ich kill mich selbst! Ich wollt' dich einfach voll asozial überraschen! War der letzte Kill zählt! Oh Gott! Nein! 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 Wo bist du Zeronik? Oh Gott! Das hört sich schlecht an! Nein! Nicht schon wieder! Oh Mann! Du Arschloch! Okay, das war die Entscheidung, Leute! Diesmal hab ich's nicht geschafft! Es war... Es war knapp! Ja! Aber am Schluss hab ich mit einem taktischen... Ähm... Seitenheb geschafft! Ja! Spaß! Ihn zu besiegen! Das waren interessante Battles auf jeden Fall! Ähm... Ich würd' sagen, äh... Wenn ich das nächste Mal an meinem richtigen PC bin, dann geb' ich dir richtig auf die Fresse, Zeronik! Dann mach' ich mir eben Feuerstab! Dann bin ich mal... Ja, dann... Dann mit Feuerstab! Sehr cool! Und, äh... Jo! So! Ich würd' sagen, äh... Bis dahin! Danke fürs Zuschauen! Und macht's gut! Ciao! Haut rein! Und sorry alle Naturschützer oder so! Weil hier ist alles kaputt! Stimmt! Ciao! Ciao!